F8, F8, F8 Ach, keine Ahnung Meint ihr denn dich? Wahrscheinlich Du bist doch von oben Keine Ahnung Ich weiß nur, dass ich schon wieder mehr Treffer habe Aber ich bin schon froh, dass ich Überlebe und ein paar Punkte habe Ah, vorbei Ich habe nochmal 3000 gedrückt Gefecht endet in 5 Minuten 1254 habe ich Mal gespannt Wenn ich 40 Treffer habe Dann wahrscheinlich So, wo haben wir denn hier unseren Super Mega-Killer Ja 165 Mal geschossen 34 Mal Beide Clevelands unter uns Einer hat über Super Super Hast du gesehen für Punkte die Monarche? Ja, der hat gut reingehaut Und hat auch 4 kills Guck mal Er hat ja auch ein DD rausgenommen Und alles Vernichtender Schlag Das wird wahrscheinlich der DD gewesen sein War nochmal ne lustige Runde War nochmal ne lustige Runde Ist hier schon seit lange nichts Eine klare Einladung habe ich bekommen Weiße Hai Ja, wenn das mit dem Kackern so toll klappt, dann will ich hin doch fahren Du weißt schon, dass das bei uns nicht funktioniert Du musst ja auch Gott sei Dank nicht mehr fahren Ich bin schon so verzweifelt Ah, falsches Falsche Nation Wie viele Fälle eigentlich noch? 90.000 Mit einem jungfräulichen Kapitän drauf Ist doch noch beschissener Warum fährst du den dann? Ach, weil es mit allem anderen auch scheiße läuft Ich hoffe auf einen Insiderjob Äh 10er und so viele Ich seh noch gar nichts Sei froh Der ist heute arschlangsam gekommen Ich hab keine Ahnung wieso Pornos Tja, ich hab keine von dir oder von Bären Und die bremsen den aus Doch die lagern die alle auf deinem Rechner zwischen Deswegen war auch gestern der Ping so schlecht Äh War ich froh, dass der Ping um 4 endlich besser wurde War ja Der war ja extrem Die Schlacht beginnt 6 10er 2 9er Ja Nein Nein Na Fortere Unterstützung an Bestanden Bestanden Herzlichen Dank Ich habe eine Secondary von 5 Kilometern und eine Anti-Air von 5,4. Mein Secondary ist bei mir, glaube ich, auch nicht besser. Ingländer können ja nichts. 5 Kilometer. Deswegen, der hat ja nichts, außer einen guten Tarnwert. Hat der nix und den hast du auch noch nicht mal. Ich habe 10,7. 10,9. Ich stimme einfach mal auf. Bitte nicht. Doch, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Läuft sehr gut. Wir sind mal wieder mit unseren Achtern. Ich weiß nicht, warum der da seinen auch genommen hat, weil der muss nicht mehr. Sind wir in einem 10er Match-Up gelandet. 6 10er drin auf jeder Seite, also ist es ein 10er Match-Up. Ein 10er begleitet uns hier, die Minotauro. Also hoffe ich mal, dass wir hier drüben D jetzt einnehmen können, weil der Großteil scheint nach A gefahren zu sein. Und dann fahren wir hier durch die Lücke durch und holen dann C noch. Mut zur Lücke. Oh, ne, da kommt was. Ein großer. Friedrich. Die schießen und werden nicht sichtbar. Ich mache die Friederike jetzt. Oh, jetzt sehe ich schon was drin. Was macht die Schiemer da hinten von uns? Guck dir das mal an. Ich bin offen. Das hat schon Knopf gedrückt. Komm auch weiter, mein Scho. Friederike brennt. Ich habe gerade auf AI gewechselt. Habe ich ja auch. Ich habe ja einen Abtreller verpasst mit AP. Na gut, das ist frontal, das ist ja meistens. Ich habe ja von oben drauf. Der kommt frontal, also werde ich auch weiter erstmal mit AI auf den schießen. Vergesst nicht, den anzuklicken mit unserer Superzecken. Ne, das habe ich hier gar nicht geskillt, also ist es gar nicht nötig. Er war ein Scherz, weil die so mies ist. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Sechs Abbrecher auf der Seite. Er hat gelöscht. Ich brenne. Durch ein Secondary zerfacken. Meine Secondary hat ihn wieder angezündet. Ah, jetzt schießt meine Secondary. 1190 hat er. Gegnerisches Schlafschiff gesichtet. Ja, und ich habe schon einen Secondary-Treffer. Das war die Minotaurung. Wenn er sich nicht so dreht, kann ich... Vor der Hilfe an! Vor der Unterstüttel an! Ex-Tropel! Ey! Ach! Alter! Digga, für warte ich so lange. Ich habe 19.000 gedrückt. Ich habe 21.000 Treffer und 12.000 gedrückt. Klar ist denn, jetzt parkt er hier vor mir. Gott sei Dank, sonst wer... Oh, ich habe hier nur drei Brände! Das Team hat die Führung übernommen. Ach, von der Sau oder? Ne, von der Secondary, da? Feueralarm! 24 Treffer... Oh, super! Warum fährt der Kaka nicht rückwärts? Ist die Taste kaputt oder steht da was hinter mir? Ich hätte ihn doch rammen sollen. Drei Ausfälle! Oh, oh! Oh, da kommt die Tor. Oh, ich fress zwei. Das sieht nicht gut aus. Es kommen nur zwei. Höhlenbruch! Wasser drängt schnell ein! Ich habe noch Wasser einbruch eine Zeit lang. Noch 42 Kunden. Oh, ich habe eine Zita gedrückt. Versteht dich der Einschlag! Auf mich schießt er schon gar nicht mehr. Ah, links und rechts vorbei. Ey, ich könnte... Oh, das war's für mich. Ich bin raus. Ich schulde Ihnen was. Ich schulde Ihnen was. Na, Praller habe ich drauf. 78.000. Tja, 20. Bei wieviel Treffern? Bei 36. Bei 36. 31. Plus drei Ausfälle. 31 Treffer, ein Panzer, zumal Secondary. Drei Ausfälle. Ah, wieder zwei Abtraller. Hast du aber auch was verpasst, oder was? Also nicht du. Keine Ahnung, wer das war. Wahrscheinlich da die ruhen. Weil ich schieße hier nur so zum Spaß. 13 Abpraller. 13 Abpraller. Da kannst du ja gleich nochmal hochheilen, ne? Minute 14. Die Sau hat ich noch. Okay, geholt die Ruhm. Hmm. Und die es machen, was genau? Tja, wenn ich mir die Schi Makaso da angucke, wer weiß. Der will wahrscheinlich die zwei Yamatos da top. Das sind aber nicht geliebt, offensichtlich. Ich bin offen. Wer weiß, warum. 3 DDs an einem Cap. So, nochmal hochgeheilt. Ich bin das Geheilte schon wieder runtergeballert. Hm. Oh, jetzt trifft die Schi Makaso, glaube ich. Jo, jetzt die eine Yamato ist jetzt platt. Unser Team hat die Führung übernommen. Ich besenne. Setzen Sie eine Nebelwand. Unser Sieg ist in Sicht. Oh, jetzt. Oh, jetzt? carne geht. Ich werde sie 다시. Wie geht'sita? Ja. Was ist das? Ja, jetzt zwei Ausfälle. Dann fragt einfach mal ein. Was ist da AP geladen? Ich habe HE. Oh, ganze zwei Treffer. 2018. Die war jetzt die Kurfürstung. Und die Sau will dich. Guck mal, was er wieder hochgeheilt hat. Oh. Wir haben gewonnen, Gott sei Dank. Kurfür sieht aber gerade aus, als ob du den in der Mitte geteilt hast. Ja. Oh, zwei Auszeichnungen. Kurfürst geteilt. Du bist ja noch dritter, super. Mit dem Kakao. Ah, kam nichts mehr an. Was war? 5000. Ah. Also ich habe Schaden gemacht. 78.000 und... Ja, bin tot. Ich darf 134.000 mitnehmen, weil wir ja gewonnen haben. Vielen Dank dafür. Das fühle ich mich an. Danke, Herr Krohn. Im Moment ist leider die Tonverbindung zum Kotzen. Naja, ähm... Ich sag mal, Dankeschön fürs Zusehen. Ultrakiller hat überlebt. Ist dritter geworden. Ich bin dann demnach fünfter. Mit achtern in einem 10er Match ab. Gar nicht mal so verkehrt. Die Schima, dadurch, dass sie die beiden Dingens versenkt hat, ist natürlich ganz oben. Die Amatus meine ich. Nicht Dingens. Und, naja. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.